Herzlich willkommen zur Maßtheorie Teil 3. Ja, wir sind tatsächlich schon so weit, dass wir die Definition eines Maßes geben und erklären können. Die Frage heute lautet also, was ist eigentlich ein Maß genau? Ja, und dann möchte ich jetzt erstmal ganz formal die Definition geben. Also wir schreiben auf, die Definition. Wir nehmen uns erstmal einen messbaren Raum her. Also einen messbaren Raum haben wir aufgeschrieben als ein Paar, bestehend aus einer Menge, die hier x heißt. Und auf dieser Menge soll eine Sigma-Algebra definiert sein. Diese Sigma-Algebra wird nun hier durchgängig bezeichnet mit diesem geschwungenen a und ist nichts anderes als eine gewisse Teilmenge der Potenzmenge von x. Ja, das haben wir in den letzten Videos ja schon gelernt. Das ist also ein Mengensystem, bestehend aus Teilmengen von dieser Grundmenge x, welches sowohl die Leere als auch die ganze Menge x selbst enthält und stabil ist unter abzählbar vielen Vereinigungen und Komplementbildungen. Und das zusammen ergibt uns eine wohl definierte Sigma-Algebra. Und wenn wir jetzt nun diese Grundmenge, diesen Grundraum x, mit dieser Sigma-Algebra ausrüsten, also einfach in ein Paar zusammentun, dann nennen wir das einfach einen messbaren Raum. Und das ist, was wir jetzt hier zu Beginn wählen. Und auf diesem messbaren Raum definieren wir nun eine besondere Abbildung. Also ich schreibe mal auf, eine Abbildung. Die nenne ich jetzt durchgängig mit einem kleinen µ. Also die Abbildung ist definiert auf dieser Sigma-Algebra aus unserem messbaren Raum und bildet nun ab in die positiven Zahlen, wobei die 0 eingeschlossen ist. Und, das ist jetzt ungewöhnlich, auch das Symbol unendlich wird dazu genommen. Ja, also das hier heißt nichts anderes, vielleicht schreibe ich das mal hinzu, das heißt nichts anderes als die positiven reellen Zahlen inklusive der 0. Also man würde das Intervall ja normalerweise so schreiben, 0 bis unendlich. Wobei wir jetzt aber noch das Symbol selbst hinzufügen. Also das Unendlichkeitssymbol im Sinne von die rechte Grenze dieses Intervalls fügen wir hinzu. Deswegen können wir hier auch ein abgeschlossenes Intervall kennzeichnen. Obwohl das eher ungewöhnlich ist, weil das Symbol Unendlicher selbst nicht in den reellen Zahlen enthalten ist. Ja, also es gibt eigentlich nichts, was hier ein Abschluss in reellen Zahlen machen würde. Deswegen, das meinen wir eigentlich mit diesem Intervall. Wir fügen dieses Symbol Unendlichkeitssymbol hinzu. So, und solch eine Abbildung heißt nun ein Maß, das ist der zu definierende Begriff, wenn folgende zwei Eigenschaften erfüllt sind. Dann vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, was wir eigentlich wollen. Also wir wollen Teilmengen von einer gegebenen Menge x ein Volumen zuordnen. Ja, also ein abstraktes, verallgemeinertes Volumen. Deswegen ergibt es erstmal Sinn, zu sagen, wir beschränken uns erstmal nur auf positiven, beziehungsweise nicht negative Zahlen. Also von 0 bis unendlich. Ja, das ist was wir uns auch unter einem Volumen vorstellen. Eine positive reelle Zahl oder entweder dann die 0, wenn wir gar kein Volumen haben. Oder wir outen das Symbol Unendlichen zu, wenn das Volumen tatsächlich unendlich groß ist. Auch das ist bekannt. Demnach ist dieses abgeschlossene Intervall, so seltsam es erstmal aussieht, von 0 bis unendlich natürlich genau die richtige Wahl für eine Volumenmessung. Auch im abstrakten Sinne. Das heißt aber auch, wenn wir jetzt Teilmengen messen wollen, dann ist die einzig sinnvolle Definition für das Volumen der leeren Menge wohl tatsächlich die 0. Ja, also die leere Menge ist ja eine Teilmenge von x und auf jeden Fall in jeder Sigma-Algebra enthalten. Und der können wir eigentlich nur sinnvollerweise das Volumen 0 zuordnen. Ja, also das muss mindestens erfüllt sein, wenn wir einen sinnvollen Volumenbegriff wollen, dass nichts auch kein Volumen hat. So gesprochen. Die andere und sehr wichtige Eigenschaft ist nun, was man Sigma-Additivität nennt. Im Prinzip sollte das die Idee sein, dass wir Volumen auch addieren können. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel uns verschiedene Mengen herausgreifen, die wir disjunkt wählen, also auch hier wieder das passende Bild vielleicht. Wir haben jetzt eine gewisse Menge gegeben. Ja, und die können wir ja unterteilen in disjunkte Teilmengen. Zum Beispiel in der Art. So, wenn wir dann das Volumen von der Teilmenge nehmen und das Volumen von der Teilmenge und das von der und die aufaddieren, dann sollte auch das Volumen von der gesamten Menge hier herauskommen. Ja, oder in unserem Sinne gesprochen, das Maß der Mengen sollte dann auch übereinstimmen. Und das ist, was wir hier auch fordern. Also wir nehmen jetzt disjunkte Mengen Ai, also Ai geschnitten Aj, soll nun die leere Menge sein für ungleiche Indizes. Und ansonsten haben wir hier abzählbar viele und können jetzt hier auch diese disjunkten Volumina bzw. Maße aufaddieren. Also sagen wir mal von 1 bis unendlich. Ja, oder auch eine endliche Summe, wenn wir dann die restlichen Ai's mit leeren Mengen auffüllen. Ja, also ist ja durch diese Bedingung A ja auch schon abgedeckt. Gut, aber was wollen wir jetzt? Das soll gleich sein und das, was wir eigentlich hier links stehen haben, möchte, das Volumen bzw. das Maß von der gesamten Menge. Also das wäre jetzt hier die Vereinigung von I von 1 bis unendlich von diesen Ai's. Und das soll nun gelten für alle möglichen Teilmengen aus unserer Sigma-Eigepaar. Also Ai aus unserem geschwungenen A. Wir nennen das Sigma-Additiv, weil wir nicht nur endliche Zerlegungen, wie in diesem Bild hier, zulassen. Das heißt, nicht nur endliche Summen hier auf der rechten Seite stehen haben, sondern in der Tat abzählbar viele Zerlegungen zulassen. Also haben wir hier tatsächlich eine Reihe auf der rechten Seite. Ja, und links hier eine abzählbare Vereinigung, von der wir ja fordern, durch die Sigma-Algebra-Eigenschaft, dass auch die in der Sigma-Algebra wieder drin ist. Oder wieder bildlich gesprochen, wenn wir wieder so eine Teilmenge zerlegen wollen, also was wir hier auf der rechten Seite ja machen, dann können wir das auch abzählbar oft zerlegen. Also wir haben quasi so eine aufsteigende Zerlegung, die sich im gewissen Sinne irgendwo häuft. Und dann erhalten wir so eine Reihe von Volumina, die wir messen. Auch das ist, was wir jetzt hier in diesem abstrakten Maßbegriff verallgemeinern wollen. Also auch das möchten wir noch haben am Ende, dass wir diese endliche Zerlegung als auch diese abzählbar vielen Zerlegungen in Form von dieser Sigma-Algebra-Eigenschaft abdecken können. Und das ist auch schon alles, was man von einem Maß verlangt. Also vielleicht nochmal kurz sagen, das Maß muss auf einer Sigma-Algebra leben. Das kann die Ganzpotenzmenge sein, muss sie aber nicht. Also wir müssen nicht jeder Teilmenge ein Maß zuordnen können. Wir werden auch später sehen, dass für die interessanten Fälle auch gar nichts möglich ist. Aber zumindest für eine gewisse Sigma-Algebra. Gut, also das Maß ist dann auf diesem A definiert und landet dann in den nicht-negativen Zahlen in Verbindung mit dem Symbol Unendlich. Oder kurz geschrieben in diesem abgeschlossenen Intervall Null-Unendlich. Und erfüllt dann die zwei Eigenschaften. Die eine ist ganz kurz genannt. Leere Menge muss auch Maß Null haben. Und die andere ist die Sigma-Additivität. Und zusammen nennen wir dies dann ein Maß. Und wenn wir nun ein Maß auf so einem messbaren Raum, wie gesagt, das ist ein Paar aus einer Menge und einer darauf liegenden Sigma-Algebra, haben, dann nennen wir das ein Maßraum. Also x mit einer Sigma-Algebra und darauf definierte Maß µ, so wie oben, heißt ein Maßraum. Das ist ein ganz wichtiger Begriff. Der Maßraum ist der, in dem wir jetzt die ganze Zeit arbeiten wollen. Dann machen wir doch direkt mal ein paar kurze, leichte Beispiele. Also wir beginnen einfach mal, indem wir uns eine beliebige Menge x herausgreifen. Also es ist irgendeine Menge. Und auf der definieren wir unsere Sigma-Algebra einfach als die ganze Potenzmenge. Ja, für die Maß, die ich jetzt nenne, ist das tatsächlich möglich. So, das erste ist ein ganz wichtiges Maß, was man oft verwendet oder öfter auch implizit verwendet, nämlich das Zählmaß. Also auf jeder Menge existiert dieses Zählmaß, definiert dann auf der ganzen Potenzmenge von dieser Menge. Und folgendermaßen definiert, wir nennen das jetzt auch mal kurz wieder µ, µ von irgendeiner Teilmenge aus dieser Sigma-Algebra. Also wir nehmen jetzt hier dieses a einfach heraus. So, das Maß ist nun ganz einfach definiert über die Kardinalität von dieser Teilmenge, also die Anzahl der Elemente von dieser Teilmenge. Ja, also schreibe ich einfach dieses Nummern-Symbol von a, wenn a natürlich eine endliche Menge ist. Dann haben wir hier eine endliche Zahl, also einfach eine natürliche Zahl stehen. Ja, ansonsten verwenden wir dieses Symbol unendlich, wenn a eben nicht endlich ist, also sonst. Also jetzt kann man ganz leicht nachvollziehen, dass unsere zwei Eigenschaften hier tatsächlich erfüllt sind. Also die leere Menge gleich 0 ist offensichtlich. Und das andere ist einfach ein bisschen zerlegen mit endlichen Mengen. Ja, wenn man einmal eine unendliche Menge hat, das heißt hier auf der rechten Seite könnte dieses Symbol unendlich auftauchen, dann stellt man sich natürlich die Frage, ja wie rechte ich eigentlich mit diesem Symbol? Und das möchte ich hier mal kurz noch einschieben. Also es ist für diese ganze Maßtheorie extrem wichtig zu sagen, naja, wenn ich sowieso nur mit diesen nicht negativen Zahlen rechne, also mit den positiven Zahlen und mit der 0 und jetzt noch zusätzlich mit diesen Symbolen endlich, dann kann ich ja die folgenden Rechenregeln einfach definieren. Also vielleicht mal das Einfachste, wenn ich irgendeine Zahl aus diesem Intervall nehme, also nehmen wir es mal x, und darauf unendlich addiere, dann komme ich auch wieder auf unendlich heraus. Ja, das soll gelten jetzt für alle x aus diesem Intervall. Ja, also auch für das Symbol unendlich selbst wieder unendlich, plus unendlich soll auch wieder unendlich ergeben. Und genauso bietet sich das auch für die Multiplikation an. Also wir können auch x mal unendlich definieren, Also, wie gesagt, das ist hier die Definition. Auch das setzen wir dann einfach gleich dem Symbol unendlich, solange unser x jetzt aber eben nicht 0 ist. So, für die 0 ergeben sich, naja, sagen wir, unterschiedliche Konventionen. Aber erstmal für das Symbol unendlich, mal unendlich, setzen wir auch wieder unendlich fest. Ja, also so können wir jetzt die zwei Rechenregeln hier auch auf das Erweiterte Intervall verstehen. Gut, in der Maßtheorie ist es oft so, dass man 0 mal unendlich, was natürlich ein ziemlich indefinierter Zustand ist, ja, wenn man das als Grenzwerte ansieht, weiß man nicht, was schneller nach unendlich oder nach 0 geht. Dementsprechend könnte hier ja alles Mögliche herauskommen. In der Maßtheorie bietet es sich trotzdem an, es meistens einfach als 0 festzusetzen. Ja, also ich schreibe mal hin, in der Maßtheorie. Ja, trotzdem sollte man vorsichtig sein, wo man es verwendet. Auch in der Maßtheorie kann unter Umständen kann das mal an anderer Stelle auftauchen, indem es nicht die Bedeutung 0 haben soll. Ja, aber hier hat es manchmal eine sinnvolle Sache, wenn man das als 0 festsetzt. So, in dem Sinne messen wir ein dreidimensionales Volumen, was in einer Dimension aber die dicke 0 hat. Ja, in die andere Richtung haben wir dann vielleicht unendliche Fläche, aber trotzdem im Gesamten nur Volumen 0. Ja, in dem Zusammenhang ist es manchmal ganz praktisch. Aber darauf werden wir oft genug noch zurückkommen. Also wenigstens in dieser Videoreihe soll es da keine Probleme oder Verwechslungen geben. So, ein anderes Maß, was ich hier noch als Beispiel geben möchte, ist das sogenannte Dirac-Maß. Ein Punktmaß. Punktmaß in dem Sinne, dass es einem einzigen Punkt in der Menge ein Maß zuordnet und dem Rest sozusagen Maß 0. Also stellen wir uns einfach mal hier diese Menge x vor. Das ist jetzt unser x und daraus wählen wir jetzt einen Punkt p. Und dem Punkt p ordnen wir jetzt das Dirac-Maß zu und das bezeichne ich jetzt auch durchgängig mit Delta-Index p. Ja, und jetzt nehmen wir wieder eine Teilmenge aus unserer Sigma-Algebra oder die jetzt sowieso als Betächtnismenge gegeben ist. Heißt, wir wählen irgendeine Teilmenge von x. Gut, und dann setzen wir das Maß fest. Folgendermaßen, es ist entweder 1 oder 0. Also hat entweder Maß oder kein Maß. Und zwar 1, naja, wenn der Punkt p, auch hier kann ich jetzt nochmal ein Bild malen, also wenn jetzt hier unsere Teilmenge a ist, dann soll die Teilmenge Maß 1 haben, weil der Punkt p drin liegt. Also wenn p in a. Ja, ansonsten halt 0. Also eine andere Teilmenge außerhalb von dem Punkt p soll auch Maß 0 bekommen. Ja, das heißt, dass jegliches Maß in diesem Punkt p kondensiert ist. Ja, man kann sich das vorstellen als eine Punktladung. Also jegliche Ladung ist nur in diesem einen Punkt, aber wenn wir den ganzen umgebenen Raum betrachten, dann hat der die Ladung dieses Punktes. Ja, so kann man sich das vorstellen. Nehmen wir mal p gleich 0 und x gleich r. Dann hat man schon die Zahlen gerade. Ja, und dann ist der Punkt p genau der Ursprung. Und nun kann man sich Intervalle anschauen, die diese 0 umgeben. Ja, zum Beispiel machen wir mal Delta p von dem Intervall minus 5 bis 5. Ja, da liegt die 0 drin. Also bekommt dieses Intervall, das Volumen, das eindimensionale Volumen, also unser Maß, 1. Ja, das ist also ein abstraktes Maß. Das ist nicht das, was wir als Länge des Intervalls angeben würden. Ja, sieht man auch direkt, wenn man jetzt ein kleines Intervall nimmt. Also nehmen wir mal minus 1 bis 1. Auch da kommt 1 heraus. Ja, solange die 0 in dem Intervall liegt, hat das Intervall auch das Volumen 1. Ja, im Grenzfall natürlich, wir können auch die Teilmenge, die nur die 0 enthält, einsetzen. Und auch die hat natürlich Maß 1. Das waren jetzt erstmal so zwei leichte Beispiele von allgemeinen Maßen, die, wo gemerkt, auf jeder beliebigen Menge x funktionieren. Und dann natürlich auch auf unserem R beziehungsweise Rn. Und da kann ich jetzt auch einen kleinen Cliffhanger für das nächste Video geben, weil die eigentliche Aufgabe war ja von Anfang an, wir suchen ein Maß auf dem Rn, was unsere allgemeine Volumenmessung beziehungsweise im Eindimensionalen, diese Längenmessung des Intervalls verallgemeinert. Ja, wir wissen ja schon, wie wir einen Würfel in Rn messen vom Volumen oder einen Quader. Also wir suchen ein Maß, das diese Volumenmessung verallgemeinert. und dann beliebige Teilmengen oder möglichst viele Teilmengen messbar macht und dem ein sinnvolles Maß zuordnet. Wir wollen jetzt nun folgende Eigenschaften. Erstens eine Nommierung. Also wenn wir schon ein Maß auf Rn wählen, was unsere Volumenmessung verallgemeinert, dann soll die auch genau die gleiche Skalierung haben. Also das Einheitsintervall oder diese Einheitswürfel soll das Volumen 1 bekommen. Ja, oder auch wieder im Einhimmensinhalen, das hat Länge 1, das Intervall und das wollen wir auch für dieses Maß. Also wir wollen keinen Skalierungsfaktor hier haben, sondern wir wollen genau das elementargeometrische Volumen verallgemeinern. Aber genau das hat ja auch noch eine andere Eigenschaft, nämlich es ist Translationsinvariant. Bedeutet, wenn ich irgendeine Teilmenge mir nehme und es um einen Vektor verschiebe, also ich halte es uns x plus a, dann soll sich das Maß ja nicht ändern von der Teilmenge. Oder anders gesagt, wenn ich jetzt wieder so einen Quader im Raum habe, ist es ja völlig egal, wo der im Raum liegt, der soll ja trotzdem das gleiche Maß haben. Ja, oder wir machen das jetzt mal kurz als Bild auf. Machen wir hier mal kurz zwei Achsen. So, wenn ich jetzt hier irgendeine Teilmenge a habe, ja, die ich vom Volumen messen kann und die verschieben wir jetzt um diesen Vektor x. Ja, also wenn der Vektor jetzt genau das da ist, dann haben wir jetzt plötzlich unsere Menge genau dort und die soll natürlich das gleiche Volumen haben. Ja, durch das Verschieben soll sich das nicht ändern oder anders gesagt, das Maß von diesen beiden Teilmengen sollte identisch sein. Ja, jetzt habe ich hier x plus a geschrieben, vielleicht nochmal kurz zur Vereinheitlichung. Damit meine ich die Teilmenge, die aus a entsteht, wenn ich überall x drauf addiere. Ja, also anders gesagt, das ist die Menge der Elemente x plus klein a, wobei unser a aus dem Groß a kommt. also jedes Element wird um diesen Vektor x verschoben. Ja, genau das, was das Bild hier auch sagt. Hier heißt das jetzt zum Beispiel, wenn wir wieder n gleich 1 setzen, dann soll auch das Intervall von, sagen wir mal, 3 bis 4 die Länge 1 haben. Ja, elementar-geometrisch hat es das ja, aber unser Maß soll auch das erfüllen. Wenn 0 1 Länge 1 hat, dann soll auch 3 4 Länge 1 haben. Also nach der Eigenschaft 2 ist es ja Translationsinvariant. Gut, aber genau dieses Maß suchen wir. Noch ist hier, sind hier nur zwei Forderungen hingeschrieben. Das Maß definiert haben wir noch nicht. Und genau das werden wir im nächsten Video machen. Und dann werde ich es durchgängig das Lebeck-Maß nennen. Oder anders gesagt, das Lebeck-Maß auf Rn. Und was wir direkt feststellen werden, die Sigma-Algebra, die wir hier wählen, wird nicht die ganze Potenzmenge sein. Und auch das möchte ich sehr schnell klären. Wir können auch nicht die ganze Potenzmenge wählen. Ja, warum das so ist, werde ich dann tatsächlich im nächsten Video ausführlich behandeln. Ich kann nur jetzt schon mal sagen, dass wir dieses Lebeck-Maß erstmal auf der Borel-Sigma-Algebra von Rn definieren werden. Ja, ihr erinnert euch, das ist die Sigma-Algebra, die von den offenen Mengen auf Rn erzeugt wird. Ja, so ist das also schon mal eine sehr große Sigma-Algebra und für viele Zwecke auch komplett völlig ausreichend. Und auf der werden wir dann dieses Lebeck-Maß definieren. Gut, ich hoffe, das hat euch etwas geholfen. und dann bis zum nächsten Mal, wenn wir Teil 4 der Maßtheorie machen. Bis dann! tippt es 1 vào ai 3 out ão Vielen Dank.